Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir machen eine schöne Radtour von Pirmasens nach Winsberg. Und da ist so ein Wanderweg. Da geht es nach Gersbach. Das ist ein Umweg von Helsetlam. Da gibt es so viele Wanderwege. Warte mal, ich zeige euch mal wie der Waldgebiet aussieht in Winsberg. Schaut mal da. Schaut mal das mal an. Wunderschöne Wanderwege. Da kann man schön gut laufen gehen. Alles flacher Weg. Sehen Sie mal da. Das ist Winsbergs Ortschaft. Wunderschöne Felder. Da kann man schön Waldgebiet. So. Wunderschöne. Sieht schön aus. Lachen wir mal da durch. So. Da sind wir da. Nebel. Alles Waldgebiet. In Winsberg. So. Jetzt laufen wir die Wege langsam hoch. Zu meinem Fahrrad. Da vorne steht eine schöne Bank. Ja. Das Wetter ist nicht so schön. Das hat heute Morgen geregnet. Wir haben heute Morgen 14 Grad. und heute ungefähr 14 Grad. Vorhin ist noch so ein schöner Weg. Aber in Helsetlam gibt es auch so eine Wanderwege. Da gibt es so zwei verschiedene Wege. Das sind so kleine Ortschaft. Da gibt es noch so viele Wege, wo es von Gersbach nach Winsberg zu laufen. Dann gibt es noch zwei Wege. Da gibt es noch zwei Wege. Und da ist noch so ein Umweg. Können wir mal schauen, wo es lang geht. Ja. Das ist aber hier ausgeschildert. Alles ausgeschildert. Ja. Fahrrad macht schön. Macht Spaß. Ja. Fahrrad fahrt schön. Kann man gut fahrt fahren. Hier in Pirmasens. So. Und da gibt es so viele Fahrradwege. Ja. Muss man halt aufpassen. Wenn man nicht aufpasst, die Straße zu achten, mit dem Fahrrad zu fahren. So. So. Da gibt es eine schöne Bank. Wunderschön. Warte mal. Das ist ein Kennzeichen. Ja. Wo ist es? Hingeht. So. Sind wir da. Wunderschön. Morgen. So. Das ist auch ein Wanderweg. Sind wir da. Da geht es nach Gersbach. Mal schauen, wo es hier lang geht. So. Dann schauen wir mal, wo es hier lang geht. Tja. Wollen wir mal gucken. Diesen Weg zeigt euch beim nächsten Mal, wo es hier lang geht. So. Aber es ist noch ein paar Meter zu laufen, bis wir am Fahrrad lang kommen. Sehen wir da. Ja. Schauen wir mal. So. So. Aber das ist noch so ein kleiner Weg hinzulaufen. Dann sage ich euch beim nächsten Mal, wo es hier lang geht. Mal gucken, wo es hier lang geht. So. So. Wir müssen noch ein bisschen warten. So. Bis gleich. So. Es geht weiter. So. Wir sind gleich an meinem Fahrrad. Jetzt ist noch ein paar Meter zu laufen. Schauen Sie mal da. Dann laufen Sie mal wieder zurück zu meinem Fahrrad. Ja. Da vorne gibt es auch noch viel zu sehen. Und da gibt es noch Sitzhöhe. Warte mal. Das zeige ich euch mal. So. Jetzt können Sie mal da. Da vorne ist eine Sitzhöhe. Warte mal. Gucken. Da vorne. Da vorne sieht man ja schon. Eine Sitzhöhe. Ja. Wunderschöne Landschaft im Windberg. So. 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 Das muss ich mit dem Weg weiter. So. Warte mal. So. So. Schöne Ortschaft. Oh. Schön. Wunderschöne Landschaft im Windberg. So. 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 Wir sind gleich an meinem Fahrrad angekommen. Nicht mehr so weit zu laufen. So. 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 Toll. Schöne Aussicht. So. 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 Und mal gucken wo es hier lang geht. Seht ihr mal da. So. So. Wunderschöne Berge. So. Alles Nebel. Es ist alles im Wald. So. So. Ich bin gleich da. Oh, jetzt sind wir da. Die Sonne kommt raus. Auch schön. Die Sonne kommt raus. Sehen Sie mal da. Wunderschön. Ja, hier am Fahrradfahren von Pirmasens nach Winsberg. Da war ich vor zwei Jahren. Da vorne im Stadion war ich mit dem Fahrrad unterwegs. Auf der anderen Seite. Da war noch ein schöner Weg. Ja, das war so am 14. Mai 2022. Da gibt es viel zu sehen. Winsberg, viele Wanderwege. Können wir wandern gehen, Pirmasens. Ja, ich habe jetzt einen schönen Urlaub von 29. Juli bis zum 9. August. Und da habe ich dann noch eine Woche später noch mal Urlaub. Am 19. August bis zum 23. August. So. Tja, hier ist immer eine schöne Ortschaft. Da war letzte Woche Winsberger Wurstzimmelfest. Das ist immer im Juli. Ja, schöner Ausblick. Ja. Und da ist mit Fahrrad zu Fahrrad von Pirmasens nach Winsberg. Da kann man so schön bergfahren mit dem Fahrrad. Immer den Berg runter, hoch fahren mit dem Fahrrad. Da fahren wir auch noch so eine schöne flache Straße. Und dann sehen Sie immer da. Schöner Ausblick. ich bin immer da, wunderschööööön. Ich kann immer vorbeikommen nach Winsberg, so. So wenn ihr das Video der Fall hat, gebt immer den Daumen nach oben, ihr könnt gerne mal in den Kommentar rein schreiben, wenn ihr wollt. Ihr könnt gerne mich abonnieren. Tja, habe ich jetzt schon einen schönen, wunderschönen Urlaub. Ja, die nächste Radtour sehen wir uns in Höfröschchen, wenn es mir das Wetter wo mitspielt, in Höfröschchen, in Höfröschchen oder Hensbärsch. Aber es gibt noch viele Radtour, aber ich muss ja leider noch Radtour fahren, noch dreimal Radtour fahren, bis Ende September. Ja, so, guck mal, schöne Aussicht, ich wünsche euch einen schönen Sonntag und start in die neue Woche. So, und da habe ich noch einen Wandern geplant, guck mal, wo es lang geht. In den Sommerurlaub findet es statt in Leimendalen, Rotalpen. Das sind drei Wanderpläne geplant. Drei Wanderplan, geplant, geplant, so. So, schöne Aussicht. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum letzten Mal und macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Ich hab euch lieb. Schöne Aussicht. Toll. Tolle Aussicht. Ja, ihr könnt immer wandern gehen, wenn ihr wollt. Macht's gut. a b dis zum nächsten Mal. 在